In Kaiserslautern Discofox tanzen lernen. Hier in diesem Video geht es darum, dass du Discofox tanzen lernst im Umkreis Kaiserslautern. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Hier grüßt dich der Sean, Sean Jerome McCray. Discofox Tanzlehrer, Discofox Privattanzlehrer vom ALTV, IHK, World Dance, Concil, Gütesiegel, ausgebildeter Prädikatstanzlehrer. Ich möchte dein persönlicher Discofox Tanzlehrer sein. Wenn du dir vorstellen kannst, im Umkreis Kaiserslautern tänzerisch an deinen Discofox herangeführt zu werden, über Privatstunden, Privatstunden bei dir zu Hause, bei dir in deinem Eigenheim, bei dir daheim oder an einem anderen von dir vordefinierten Wunschort, dann habe ich hier den Vorschlag für dich und zwar von mir zu dir. Der Vorschlag, lass uns in Kontakt kommen für deinen Discofox. Die Nummer für deinen Discofox Erfolg, das heißt, dass der Tanzlehrer zu dir kommt, also ich zu dir komme, ist die 0176 840 44661. Ich bin dein Discofox Katapult und katapultiere dich in dein Discofox TV hinein und sorge dafür, dass du Discofox tanzen kannst. Lass uns in Kontakt kommen, ich habe mich entschieden, dieses Video zu drehen, damit du eine Marktübersicht bekommst und nicht schnell entscheiden kannst und nicht viel suchen musst. Hier ist jetzt deine Entscheidung gefragt, deine Entscheidung, ja, ich möchte Discofox tanzen, dann das möglichst schnell, rasch, zügig, geschwind und sauber und sicher. Da ist die Nummer für deinen Discofox Erfolg, die Nummer 0176 840 44661. Lass uns in Kontakt kommen für deinen Discofox. Los geht's!